hallo liebe zuschauer namaste liebe meditationsfreunde ja heute werde ich euch mal wieder eine geschichte aus meinem dicken buch präsentieren aus meinem alten arbeitsleben aus dem aus der zeit in der ich ja viel erlebt habe und aus der ich auch viel mitnehmen konnte auch für die jetzige zeit ich habe ja damals die ignorance brose checker kampagne entwickelt 2010 und das war auch so in etwa zu der zeit zu der ich auch diese geschichte die ich euch heute vorstellen werde fotografiert habe aber ich habe ja halt auch viel erlebt viel hinter den kulissen ich war auf vielen großen parties wo dann einfach auch prinzen oder könige dann auch anwesend waren teilweise nicht natürlich bei jeder aber es kam auch einige male vor und dann sieht man natürlich schon auch die dinge so ein bisschen aus dem anderen blickwinkel den egoismus die ja das einfach dass das das völlig überzogen aber einfach auch wie diese menschen drauf sind wie sie einfach auch sich durchsetzen man spürt wie alpha tiere die einfach ohne ende natürlich kohle haben und macht haben sich anderen menschen gegenüber verhalten und man spürt einfach dass man ja einfach nur genutzt oder benutzt wird und genauso ist es wahrscheinlich jetzt auch in dieser krise wir werden alle momentan genutzt oder benutzt und naja fangen wir einfach mal an mit mit der geschichte es ist ein großer fashion hersteller eigentlich eher so ein billig heimer aber es ging darum und deswegen wurde ich auch engagiert diese doch relativ günstige wäsche extrem teuer aussehen zu lassen das und vor allen dingen auch edel also es ging darum also in die qualität von agent provocateur oder ähnlichen marken zu kommen und das ganze einfach wirklich auch ja einfach auch mit einer speziellen erotischen aber auch coolen lass sie fair situation einfach ja einfach einfach auch aufzupäppen und das ist halt extrem gut gelungen wir hatten richtig viel erfolg mit dieser produktion da muss ich vorstellen bei so einer produktion das ist ja nicht so dass da nur ein paar leute anwesend sind sondern es sind dann meistens um die 20 leute styling haare make up assistenten aber auch art direktoren und ja und auch der chef kam da kann ich mich noch daran erinnern kam dann mit dem helikopter ist kein scherz angeflogen und war dann auch einen nachmittag mit dabei und hat sich natürlich dann ein bild gemacht von der location und einfach auch von den fotos und ja dass die kampagne ist extrem gut angekommen und trotzdem ist es so dass es man spürt ganz einfach sobald natürlich der chef da ist verändert sich dann um mich herum alles also die leute sind dann extrem die voten natürlich jeder will natürlich irgendwie die aufmerksamkeit und plötzlich ja man man spürt einfach wie wie so eine person dann einfach auch druck ausübt auf so eine produktion das ist manchmal ist es okay aber in dem fall ist es schon wirklich meistens sehr sehr stark gewesen vor allen dingen dann auch in den nachbesprechungen wenn man dann sich die bilder angeguckt hat dann dann ist da auch schon eine ziemliche achtlosigkeit also man man spürt einfach dass man als künstler einfach ja dafür genutzt wird um das umzusetzen was der ja was was der was der auftraggeber haben will das problem ist gar nicht jetzt sagt natürlich jeder warum machst du so eine jobs weil man als künstler natürlich nur davon fotografie auch leben kann wenn man natürlich so eine jobs macht es geht praktisch gar nicht anders fotografie ist extrem teuer und manchmal habe ich das auch wirklich bereut schon in meinem leben dass ich ja fotograf vor allen dingen mit menschen bin wo man die model model verträge abklären muss und und auch die ganzen angebote es ist halt unglaublich aufwendig so eine fashion fashion shootings zu produzieren die verantwortung zu haben von für 20 leute die alle auch und das muss man wirklich sagen in dieser szene sehr sehr speziell sind es ist halt extrem anstrengend mit mit den leuten zu arbeiten mit sicherheit sagen bestimmt dass auch ein paar andere mit mir weil man natürlich irgendwo ja auch seine arbeit ja einfach einfach gut machen will und auch die verantwortung hat aber im gegensatz zu vielen anderen fotografen ich habe und ich glaube das ist nie vorgekommen dass ich jetzt irgendwie wütend war oder oder durch die gegend gebrüllt habe es gibt ganz ganz viele fotografen da geht es richtig krass zur sache weil dieser druck auch so unglaublich ist und bei mir war es eher eigentlich immer so dass die atmosphäre gut war und ich einfach total konzentriert waren die leute eher genervt sind weil ich wirklich ein workaholic bin wenn ich mache diese dinge so lange bis sie mir wirklich gefallen und bis sie wirklich auch gut sind und bis bis alles stimmt und das ist eigentlich vielleicht auch so der grund gewesen warum ich viele aufträge dann auch auch wieder machen konnte weil klappt ich war teuer und 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 man hat viel geld bezahlt aber nachdem die bilder dann einfach in die werbekampagne gegangen sind waren sie dann meistens auch sehr sehr erfolgreich und dadurch habe ich dann immer wieder den den auftrag bekommen aber es gab jedes mal und das das war fast immer so wenn wenn ich etwas gemacht habe gab es erst mal danach stress weil weil meine sachen natürlich immer sehr speziell waren man fragt sich dann natürlich warum buchen die leute ein wenn sie nicht vorher schon eigentlich wissen wen sie buchen aber dann wenn die sachen dann fertig sind dann wird daran rum gemäkelt ja das sind wir nicht und dies und jenes also das ist manchmal dann wirklich ätzend weil jeder natürlich sich wichtig tun machen tun will und und keiner vertrauen und und auf auf die kampagne hat und alle natürlich irgendwie schwitzen und dann jeder sich dann einfach so in das licht stellen will also ist es praktisch ein permanentes tau ziehen und es ist sehr unangenehm gerade bei großen firmen diese hierarchien die einfach aus meiner sicht nur unter würfigkeit sind da kann gar keine kreativität entstehen und ich habe meine sachen einfach immer so gemacht wie ich das wollte ich habe mir nichts sagen lassen von kein art director und und das gab natürlich dann schon auch oftmals richtig stress am set und ich habe dann manchmal gesagt du lass mich einfach zufrieden wir reden hinterher darüber wenn die kampagne nicht erfolgreich ist ich übernehme die verantwortung und das hat eigentlich auch oftmals zur folge gehabt dass ich einen job gemacht habe dann mich mit dem chef oder mit 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 der kreativ abteilung mehr oder weniger in die haare gekriegt habe und dann aber war die kampagne erfolgreich und es gab ein gutes feedback darauf und dann wurde ich wieder gebucht und dieses risiko muss man eingehen wenn man wirklich außergewöhnliche arbeiten machen will also wenn man arbeiten machen will die weg sind vom mainstream sonst wenn man sich das nicht traut dann ist dieser job eigentlich fehl am platz man muss sich auch gegen die kunden gegen den auftraggeber durchsetzen und oftmals war es natürlich auch so dass dann auftraggeber teilweise geld nicht zahlen wollten oder irgendwelche anderen dinge und deswegen ist das natürlich auch immer ein risiko gerade bei so einem summen also da geht es dann schon wirklich um viel geld und man muss ja das gesamte team dann auch oftmals zahlen man muss die models zahlen und man wenn dann die kohle nicht gezahlt wird und man sich einen anwalt nehmen muss gegen der gegen eine firma die die milliarden umsätze macht dann sieht man da sehr sehr alt aus da hat man eigentlich praktisch keine chance und deswegen muss das eigentlich alles gut gehen und man hat aber jetzt gerade in den letzten jahren immer mehr gemerkt wie der druck immer größer wurde die firmen immer unverschämter wurden wie honorare dann doch nicht bezahlt worden sind und dann kannst du nur einen vergleich machen und verzichtest dann mehr oder weniger auf auf dein ganzes honorar also es war zum schluss wirklich übel und die man die allerletzte produktion das war sogar ein horrortrip aber da komme ich vielleicht noch mal irgendwann später zu das ist wirklich manchmal eine schwierige sache ja das war die geschichte die desu geschichte für einen großen fashion hersteller und ja man sieht dass das alles hinterher also man sieht in dem bild nicht die unglaubliche arbeit die da drin steckt die unglaubliche vorbereitung also man hat eigentlich kann man sagen mit dem job monat zu tun das geld reicht dann natürlich auch für ein paar monate aber man muss ja immer bedenken dass man so eine jobs nicht jeden monat ran holt sondern wenn man glück hat kommen einige hintereinander meistens dann aber auch so dicht zusammen das ist dann in totalen stress ausartet hätte man natürlich zwölf jobs in dieser große dann wäre das natürlich viel entspannter aber das ist bei keinem fotografen so sondern diese ganz großen jobs die gibt es dann immer wieder mal ein zwei im jahr und davon lebt man dann eigentlich und das ist schon manchmal ein extremes risiko das spürt man auch das ist ein unglaublicher druck auch da und man hat ja fix kosten man hat ja man 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 zahlt für alles ne also egal ob das jetzt auch für seine eigene pr ist oder für bildbearbeitungsprogramme und so weiter und so weiter also es ist immer und für die akquise die auch sehr sehr aufwendig ist also es ist nicht so einfach wie man sich das vorstellt ja ich hoffe es hat euch ein bisschen interessiert was ich so gemacht habe und ich hoffe dass ihr das nächste mal wieder mit dabei seid ja das ist die geschichte hinter den fotos euer kai stuth liebe zuschauer ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr uns weiterhin unterstützt sind wir euch sehr sehr dankbar wir arbeiten ja gerade an drei dokumentarfilm und auch natürlich die blogs und auch die recherche für die interviews bedarf unheimlich viel zeit ja und wir haben jetzt ein mega projekt vor uns können 100 ärzte lügen eure unterstützung wird gebraucht für material für unsere arbeitszeit so dass wir einfach weitermachen können ich bedanke mich im voraus euer kai stuth liebe zuschauer ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ihr uns weiterhin unterstützt sind wir euch sehr sehr dankbar wir arbeiten ja gerade an drei dokumentarfilm und auch natürlich die blogs und auch die recherche für die interviews bedarf unheimlich viel zeit und wir haben jetzt ein mega projekt vor uns können 100 ärzte lügen eure unterstützung wird gebraucht für material für unsere arbeitszeit so dass wir einfach weitermachen können ich bedanke mich im voraus euer kai stuth ein das war ein das war Untertitelung des ZDF, 2020